Hallo, mein Name ist Regina Teutschländer. Ich arbeite als Redakteurin beim Pfandsecho. Was macht eigentlich ein Redakteur den ganzen Tag so? Zeitung lesen? Nö, also nicht nur. Wir müssen auch Leseanfragen betreuen, E-Mails bearbeiten, Themen recherchieren, Beiträge schreiben und redigieren, uns mit Kunden vor Ort treffen, Promis und Persönlichkeiten aus der Region interviewen, Zeitungsseiten gestalten und ja, auch Zeitung lesen.